Surah 44, At-Duhan, der Rauch, offenbar zu Mekka, 59 Ariad. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Hamim, bei dem deutlichen Buch, wahrlich, wir haben es in einer gesegneten Nacht herabgesandt, wahrlich, wir haben damit gewarnt, in dieser Nacht wird jegliche weise Sache entschieden, aufgrund unseres Befehls. Wahrlich, wir haben Gesandte geschickt als eine Barmherzigkeit von deinem Herrn. Er ist der Allhörende, der Allwissende, der Herr der Himmel und der Erde und all dessen, was zwischen beiden ist. Wenn ihr nur Gewissheit im Glauben hättet, es ist kein Gott außer ihm. Er macht lebendig und lässt sterben. Er ist euer Herr und der Herr eurer Vorväter. Doch sie sind im Zweifel und betreiben ein Spiel. Darum aber erwarte den Tag, an dem der Himmel einen sichtbaren Rauch hervorbringt, der die Menschen einhüllen wird, das wird eine schmerzliche Qual sein. Unser Herr, nimm die Pein von uns, wir wollen glauben. Wie können Sie lernen, wo doch ein aufgeklärter Gesandter zu Ihnen gekommen ist? Und sie haben sich von ihm abgewandt und gesagt, er hat es einstudiert, er ist besessen. Wir werden die Strafe geringfügig hinwegnehmen. Ihr aber werdet rückfällig werden, bis zum Tage, wo wir euch den größten Schlag versetzen werden. Wahrlich, wir werden uns rächen. Und vor ihnen haben wir schon das Volk Pharaos geprüft, und zu ihnen kam ein ehrenwerter Gesandter, der sagte, übergebt mir die Diener Allahs, ich bin für euch ein vertrauenswürdiger Gesandter. Und überhebt euch nicht gegen Allah. Ich komme mit einem offenkundigen Beweis zu euch, und ich nehme meine Zuflucht bei meinem Herrn und eurem Herrn, damit ihr mich nicht steinigt, und wenn ihr mir nicht glaubt, so haltet euch von mir fern. Da rief er zu seinem Herrn, dies ist ein sündhaftes Volk. Allah sprach, führe meine Diener in der Nacht fort, ihr werdet verfolgt werden, und verlass das Meer, wenn es reglos ist. Sie sind ein Heer, das ertränkt wird. Wie zahlreich waren die Gärten und die Quellen, die sie zurückließen, und die Kornfelder und die ehrenvollen Städten. Und wie war das Wohlleben, dessen sie sich erfreut hatten, so geschah es, dass wir all dies einem anderen Volk zum Erbe gaben. Weder Himmel noch Erde weinten über sie, noch wurde ihnen eine Frist gewährt. Und wahrlich, wir erretteten die Kinder Israels vor der schimpflichen Pein, vor Pharao, denn er war hochmütig, einer der Maßlosen, und wahrlich, wir erwählten sie aufgrund unseres Wissens vor den Völkern, und wir gaben ihnen von den Zeichen, in welchen eine offenkundige Prüfung lag. Wahrlich, diese behaupteten, es gibt nur unseren ersten Tod und wir werden nicht wieder erweckt werden. So bringt doch unsere Väter zurück, wenn ihr die Wahrheit redet. Sind sie besser, oder das Volk des Tuwa und jene, die vor ihnen waren? Wir vertilgten sie, denn sie waren Verbrecher, und wir erschufen die Himmel und die Erde und das, was zwischen beiden ist, nicht zum Zeitvertreib. Wir erschufen sie nur in gerechter Weise, jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. Der Tag der Entscheidung ist wahrlich die festgesetzte Zeit für sie alle, jener Tag, an dem ein Schutzherr einem Schutzbefohlenen nichts nützen kann und an dem ihnen nicht geholfen wird. Die sind davon ausgenommen, deren Allah sich erbarmt, denn er ist der Erhabene, der Warmherzige. Wahrlich, der Baum des Zuckrum ist die Speise des Sünders. Wie geschmolzenes Kupfer wird er in ihren Bäuchen brodeln, wie das Brodeln kochenden Wassers. Er greift ihn und zerrt ihn in die Mitte der Dschachin, dann gießt auf sein Haupt die Pein des siebenden Wassers. Koste, du meintest doch der Erhabene, der Würdige zu sein, siehe, dies ist nun das, woran ihr zu zweifeln pflegtet. Wahrlich, die Gottesfürchtigen sind an einer Stätte der Sicherheit in Gärten und Quellen, gekleidet in Seide und Brokat sitzen sie einander gegenüber. So wird es sein. Und wir werden sie mit Horis vermählen, sie werden dort Früchte jeder Art verlangen und in Sicherheit leben. Den Tod werden sie dort nicht kosten, außer dem ersten Tod. Und er wird sie vor der Strafe der Dschachin bewahren, als eine Gnade von deinem Herrn. Das ist das höchste Glück. Wir haben ihnen, den Koran, in deiner Sprache leicht gemacht, damit sie sich ermahnen lassen. So gib Acht, siehe, sie geben auch Acht. aus. Ja, wir haben verlassen, ein Untertitelung des ZDF, 2020